Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin hier Dein Gesundheits-Live- und Mentalcoach hier in diesem Podcast, der soll Dir Lebenskraft spenden und der soll Dich daran erinnern, dass das Leben richtig schön sein darf. Und dafür gibt es ganz viele tolle Instrumente und heute in diesem kurzen, knackigen Impuls, in diesem Healthy Shot, reden wir über glücklich sein. Das ist nämlich erlernbar. Und vielleicht hast Du Dich auch schon mal gefragt, was ist denn der Grund, warum gewisse Menschen irgendwie permanent so glücklich sind und andere, die so unglücklich sind, die ziehen im wahrsten Sinne des Wortes auch genau das in ihr Leben. Und es gibt ja mittlerweile verschiedene Lehrstühle auf unserem wunderbaren Planeten, wo man auch Glück erforscht. Ich stelle mir das immer sowas von faszinierend vor, denn das ist ja ansteckend durch die Energiefelder und wenn ich mir vorstelle, da sitzen jetzt Professoren, Menschen, die zusammen das Glück erforschen, denen muss es doch den ganzen Tag total gut gehen. Die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Ja und Glück im Sinne von glücklich sein ist eine Fähigkeit und das hat die Glücksforschung bewiesen, die Du durch Training wirklich erlernen kannst. Also Glück ist kein Zufall und ja, Du kannst wirklich trainieren, glücklicher zu sein. Und der erste und wichtigste Schritt besteht immer darin, und das hast Du eben schon gehört, es passiert nichts im Außen, sondern die Fähigkeit, selbst glücklich zu werden, zu sein, das zu fühlen, findet bei Dir im tiefsten Innersten statt. Und wir wünschen uns ja alle die Dinge im Außen, wenn das und das im Außen passiert, dann fühle ich mich glücklich. Das ist aber der falsche Weg, denn jede Veränderung, jede Heilung, jedes Glück findet immer nur von innen nach außen statt. Und die Glücksforschung hat auch eine Sache bewiesen, dass Glück nichts damit zu tun hat, dass Du jeden Tag intensive Emotionen hast, durch die jeden Tag Dich neu und frisch verliebst und dass Du jeden Tag in einen euphorischen Zustand kommst, wo Du durch die Gegend hüpfst und bist total happy. Also das macht ja auch keinen Sinn, weil aufgrund der Polarität auf unserem Planeten ist gerade das Wechselspiel zwischen intensiven Momenten, wo wir eben auch mal super glücklich sind, wo Du vor lauter Glück durch die Gegend hüpfst wie ein Flummi. Das hatte ich auch schon ganz oft in meinem Leben, weil ich mich so gefreut habe. Aber dann gibt es eben auch die Momente, wo Du eben spürst, da geht es Dir einfach mal nicht gut und das ist vollkommen normal. Aber Glück bzw. glücklich sein ist ein innerer Zustand, quasi eine positive Geisteshaltung und hat ganz viel mit der Art und Weise zu tun, mit Deiner Wahrnehmung, wie Du Dein Leben wahrnimmst, wie Du Dein Leben, die Welt bewertest und vor allen Dingen, was Du tust jeden Tag, um eben die Biochemie in Deinem Körper aktiv selbst zu beeinflussen. Es gibt so einen super, super schönen Spruch von Mark Twain, den habe ich auch bei meinen Seminaren ganz, ganz, ganz oft als Folie und lass den dann einfach so stehen und vielleicht schreibst Du Dir den auf. Und Mark Twain hat einmal gesagt, es gab so viele Probleme in meinem Leben, die meisten davon nur in meinem Kopf. Ich wiederhole das nochmal, es gab so viele Probleme in meinem Leben, die meisten davon von nur in meinem Kopf. Und das stimmt auch. Auch hier hat die Glücksforschung bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass 97% von allen Szenarien, die zwischen Deinen Ohren ablaufen, quasi als Shitstorm, schwieriges Wort, von Deinem Hirn irgendwie als Dramaszenario, ja ich sag jetzt mal als Bilder ablaufen, dass 97% davon nie eintreffen. Es ist also etwas in unserem Kopf und das können wir trainieren. Und ich will Dir nochmal einen Impuls geben, wie Du ganz schnell extrem unglücklich werden kannst. Und da beobachte mal Dein Umfeld, beobachte Dich mal. Der erste Punkt ist, vergleiche Dich, dann wirst Du immer unglücklich. Warum? Weil Du immer irgendjemanden findest, der schöner, besser, schlanker, dünner, reicher, was auch immer ist als Du. Das heißt, vergleichen, mach einen Haken dran. Das brauchst Du auch nicht auflösen, das Programm. Da geht es darum, mach einen Haken dran und hör einfach auf, Dich zu vergleichen. Der zweite Punkt ist der, wenn Du anfängst, Dich jeden Tag mit den Dramen dieser Welt auseinander zu setzen und lenkst Deinen Fokus genau dorthin, dann kann es gar nicht anders sein, aufgrund von diesem Gesetz der Entsprechung. Du ziehst das Entsprechende an in Deinem Leben, was Dir entspricht, dass Du wie ein Magnet ein Teil von diesem Energiefeld wirst. Also betreibe wirklich diese Informationsdiät. Ich kann das immer nur wiederholen, weil es so enorm wichtig ist und die Ausschüttung an Stresshormonen, die Du hast, wenn Du Dich mit den Dramen in dieser Welt beschäftigst, von denen wirst Du abhängig. Die Sucht nach dem Neuen haben ganz, ganz viele Menschen und das macht extrem unglücklich. Was kannst Du jetzt aktiv tun, wenn Du weißt, dass die Forschung auch wirklich bewiesen hat, glücklich sein, kommt immer aus uns heraus. Der erste Punkt ist mal, neben dem Weglassen, das ich eben schon beschrieben habe, ist, entscheide Dich dafür, glücklich zu sein. Opferrolle, ja, das machen viele Menschen, nährt viele Menschen eben auch und ab und zu braucht man auch ein bisschen Zuspruch, da bin ich auch mal am Jammern und bin in der Opferrolle, dann brauchst Du mal ein bisschen Tutsi-Tutsi, aber dann ist mal gut, dann machst Du einen Haken dran und sagst Dir, okay, alles klar, werde aktiv, entscheide Dich dafür. Glücklich zu sein. Der zweite Punkt ist, schaffe Distanz im Hier und Jetzt ist alles gut, egal wie groß das Drama ist in Deinem Gehirn, egal was Du Dir alles ausmalst, was in der Zukunft alles geschehen kann, wie schlimm die Weltwirtschaft noch wird, die Krisen und weiß der Kuckuck was. Sag Dir laut und bewusst, stopp. Fokussiere Dich bewusst auf die Dinge, die schön sind in Deinem Leben. Gerade, wenn ich diesen Podcast aufnehme, sind wir im Herbst und der Herbst ist ein absolutes Farbenmeer. Wann hast Du das letzte Mal einen Spaziergang gemacht? Du warst draußen in der Natur, hast Kastanien gesammelt, hast Dich mit einem guten Tee, mit ein paar Kerzen hingesetzt und hast den Herbst so richtig aufgesaugt. Ach, das schafft Glück. Vielleicht, wenn Du es am Anfang tust, spürst Du es noch nicht, aber wenn Du es häufiger machst, spürst Du es immer intensiver. Der nächste Punkt ist, neben diesem Dissoziieren, also Du betrachtest quasi die Sache von außen und wirst kein Teil von dem Drama, ist es natürlich wichtig, dass Du Deine Gedankenströme beruhigst. Und am Anfang ist das schwierig mit Meditation, weil Du es nicht gewohnt bist, Deine Gedanken zu beruhigen. Aber Meditation, Medikom von Mitte ist das Werkzeug schlechthin und ich könnte mir mein Leben ohne Meditation überhaupt nicht vorstellen. Und wie oft bin ich schon morgens aufgestanden, war grundlos nicht gut drauf und habe dann meinen Popo in meinen Meditationsraum bewegt, habe angefangen zu meditieren und war danach ein anderer Mensch. Du kannst komplett die Biochemie selbst verändern. Und so wie Du Deinen Muskel trainieren kannst, so schaffst Du über gesunde Routinen, über Sport, Bewegung, Meditation, Informationsdiät und in dem Moment, wo Du lernst, Dich zu fokussieren, eine ganz andere Möglichkeit, Glück in Dein Leben zu ziehen. Ich hoffe, ich konnte Dir mit diesem kleinen, knackigen Healthy Shot mal wieder ins Bewusstsein rufen, wie schön Dein Leben sein kann. Es gibt so viele tolle Dinge auch in Deinem Leben. Fang mal wieder an zu forschen. Beginne, die Biochemie zu verändern. Beginne, die gesunde Routinen aufzubauen. Du bist da nicht alleine. Es geht jedem Menschen so. Mir geht es auch so. Aber ich bin meines Glückes Schmied. Und vielleicht kennst Du diesen Spruch und vielleicht schreibst Du Dir den auch irgendwo mal auf. Ich wünsche Dir viel Spaß beim glücklich sein. Wünsche Dir einen superschönen Tag von Herzen. Nur das Allerbeste für Dich, Deine Kerstin.